es vorgeteckt ist der liebe die Tektiv ist die Kassian und jemand schießt die in die Fässer Köln bräuchte die Stdm auf meine Fächer zu bezeichnen ich habe das war ja nicht, ich habe nur ein Schild hier kaputt gemacht ich werde jetzt meine Kistenbock bauen ok äh da hat jemand erschossen und zwar der Engels er und der Endeffekt hat das ist er der Wettbewerb die sich aber schütteln so es hat sich gestorben denn wir haben eine Linie ist tot ich weiß nicht da ist es doch nicht tut aber ich habe es doch deutlich von ihr aus der richtung gehört wo ist die Scheiße wenn ich es nicht machen ich schaue mal vielleicht möchte ich es nicht nur und leidiglich weiter nicht nur ich schaue mal an die Augen von Pro was er tat er ist gestorben er ist nicht klar auf dem Leben und er hat die Leiche wobei Leiche um die Wartemann ich im Ausdruck in den Sommer mit ich nehme mal die Leiche ich habe noch ein bisschen Lager er hat sogar ein bisschen was ich dachte wenn er nicht liebt in dem Haus hier was dringend und so eine Schottgang jetzt sind wir kennen nie ich habe gesagt ich bin aber nicht ganz viel scheiße ich mag keine Welt zu sehen ja ich glaube aber okay kommen wir wechseln aber ich werde mit dem Fokus weil Prozent ich bin heute ich scheiße mit der Welt der kräftige Bisse mit der Schrift so er hat mir ein ich stehe um welchen Grad Kratz und man hat sich richtig Dankeschön das ist der Detekt wird ja auch immer und erhältliche trotzdem töten kann wenn ich jetzt hätte ich jedoch die Leichter sich bewegt auch da kann man der Zerner der Säge der E-Lehrer die Teilen folgt so ein bisschen die Steppe er ist das nicht so ich lieb er ist er liebte noch über die die auch das er will wenn ich hätte ich sage ich habe gesagt dass es sich das Geld wird Nico oder Schädel ich bin es nur durch die Hälfte und ich will ja ja ich war es aber dass sie sich jetzt bestimmt nicht zu stellen weil es sich nicht immer töten ich bin mal auf Niko um ich bin jetzt bei niemanden bisschen das klar ist das mal gut über den Rädern er wenn die ich ja ich bin von den Städten auf 11 und also ich bin bei der Schwestern zu bekommen ich vertraue ihren Schäden es will er die bei der Städte er ist schon in der Städte oder die Rechte draußen das ist der Doppeligung ich hätte es locker töten können da wo du der Stand ist einfach in Kopf und Tod das weißt du auch Pistole ich mag keine Pistolen das hat auch keiner bemerkt, Christian das haben wir nicht gesagt ich hätte auch noch eine Hale Station gehabt was, du hast eine Hale Station Traitor hörst du mir nicht zu er hat sich geheilt, nicht hätte ich schießen können nein, ich war gerade Sprenner auf Korb okay, ich gehe mal unter Change ich jetzt sorg mal die Leiche geht das alles, geht nicht wo es geht ach du meinst, dass das Leiche so stark herumwirken kann nein, ich wollte eigentlich die Leiche über den Zaun machen außerhalb der Map nee, ich glaube, da ist eine unsichtbare Wand gut, der Töte muss man langsam was anfangen ist die Herrin, eine andere Waffe ist nicht schockt ach nee, du hast ja nicht ich verstecke mich einfach ich möchte die Detective nicht mit Game allein lassen warum nicht ja, der ist bei mir gerade äh, ich weiß, dass ich war, ne war was, ich weiß, was war Achtung, das Feuer Achtung, das Feuer Achtung, das Feuer Achtung, das Feuer Ich bin mir mein eigenes Verhalten so, schossen Ehm, das ist die Teknisch da hat sich ich weiß schon hier wollen, Schuss schießen gehört Ich weiß schon, ja das war Changis es sind auch eher alle aus uns streiten Also, also, außer, das ist viel und schen righteous also auswählen von der Säge bilden ist die dritte er hätte er bei der Leiche untersucht ich bin der dritte ja aber trotzdem der Fäge kommen auch untersuchen und steht ja natürlich aber er hat es sehr liefgetült der Seriktiv z.B. 80 jahre der Delikte in Brunberg am schießt die ganze Zeit er ist ein Radio vielleicht der Radio hat er auch hier ist schön ist es ist ja genau das ist aber echt schnell schießt die ganze Zeit hier Prozent die Gehör so hoch er hat sich so eine Reaktion ich hab mir leidt noch ein paar Jahre alt und rausgelegt wenn runtergefallen auszusehen ich dachte jetzt so hat die Wurde auf dem Augsraum ich glaube es muss eigentlich Cengiz sein oder wir haben eh nur eine Minute, keiner macht was wir haben eine Minute, wir haben Overtime ja bei zwei Leichen eine Minute extra es ist es Gamer, es ist Gamer ich hoffe verdammt ich zitter so scheiße wow er hat in der Schuss nicht was leider nicht ich habe wenigstens jemanden getötet ja, sorry ihr habt Gengiz nicht gefunden und die anderen zwei schracken standen auf ein Haufen ich hoffe jetzt einer von euch ist also Julian oder ja, ich habe ihn getötet ja, ich habe ihn getötet ich habe irgendwie Gengiz vertraut oh fuck jetzt mal ernst, ich habe jemanden getötet, du hast nichts gemacht du hast doch mit den Scheiben nur rumgehangen und und hast mich schlecht geredet NEIN die letzte Sekunde ich habe äh, ein Gengiz nicht gefunden und der Shadow stand mit Christian so auf einen Haufen, der sie ist nicht äh, aber da hat jetzt trotzdem irgendwas gemacht oh Junge, ich brauche unbedingt neu was aber vor allem scheiße langweilig ist das zuzusehen war ich eigentlich für dich proven? was ist? ob ich für dich proven war? ja, geht so eigentlich ja, aber der Jan Jeng, der weiß wie sich weg, du hast nichts gesagt und irgendwie zwei Minuten lang und ich hätte dir einfach den Kopf schießen können, was? ich will nur nicht, ich liebe die Detektor aber es gibt irgendwie irgendwie eine ACR oder so nein, es gibt auch noch nichts, ne? ich füge die nach dem Map-Chattern der ACR ist echt geil ich werde mir jetzt mal keine, äh, P90 holen guck, mein Karma geht wieder hoch ach, du bist Detektor? ja, mal wieder weg, weg, weg alter, Gelma, das war echt ne Scheißrunde ja, sorry wir hätten irgendwas machen können, weißt du ja, wo denn? zum Beispiel als ich, äh, Christian fast tot geschossen habe hättest du dir einfach noch mal nen Kugeng kusen ich hab ihn nicht gefunden ich hab nur nen Shadow glaub ich hab nur nen Shadow glaub ich hab nur nen Shadow und nen Gengis g'seng ich hab nur nen Gengis g'seng ich hab nur noch acht Leben und, äh, Alter dann hab ich aber und kaufst du dir nen Radar, dann hättest du nämlich gewusst, du wirst scheiß Gengis g'seng die hab ich ja auch ich rede ja nicht mit dir ich rede ja nicht mit dir ich rede bei meinem ehemaligen Traitor kommen wird Inter-Lag oder PC-Lag-Lag Önnen leckl, leckl ich geh dronned ich geh dronned uiiii Leut mein Internet leut leut nicht nicht nix ach, ne Nicht! Tarkan steht hier dumm rum. Weiß immer noch nicht, wo sie mal holen wird. Ja, mein Internet ist am Arsch. Mein Internet ist am Arsch. Oh nee. Du hast so hässliche Augen, man. Ah, bin ich behindert? Ja. Echt? Treff nicht mehr, das ist fast. Okay, jetzt. Shit, shit, shit. Darf ich dir ins Gesicht schießen? Jo. Nein. Warte. Gamer, darf ich dir ihm ins Gesicht schießen? Wen? Ähm, Levi, renn weg, renn weg. Das ist... In die Dabby-Kranate. Levi, renn weg. Oh fuck. Mh, wenn... Mh, ja... 69 Leben noch. 69 Leben noch. Ich geh dir auf deine Punkte auf, Levi. Komm unter mir. Ich geh dir auf deine Punkte auf, Levi. Ich geh dir auf deine Punkte auf, Levi. Ja, aber Levi, den die Punkte scheißegal. Ich geh ins Gesicht schießen. Ja, also... Oh mein Gott, ist das... Oh, voll dankbar. Das ist so deine Periode, man. Lep, letter stehen. Steh in deinem Bild, okay? Bin ich jetzt tot? Der hat auf dem Boden geblutet. ... oder itemisch. Du gehst gegen Lewoe, die sichрядlich steht. Oh, hole ich jetzt voll. Ich Republic. Und war total k obwohl uns die anticipiert war. JLA, das sind summer изучenktionen. ja die Kiste brauche ich aber die Kiste die Städte an einer neuen Verband der Reis nicht mehr er hat für seine Ungetaten es hat und sagt man also ein Eure Kisten Treppe steht nicht mehr was für scheiß ich will aufs Gap angeschrieben ich kann jetzt nicht ich hätte auch das Wunder aufs Geld angeschrieben war kann aber auch lehre ich hätte ich hätte verletzt diese Sack für Levi zuerst Verdammt, ey! Ab ihn. Warte, ich bin Buben. Oh Gott, Jengis ist auch tot. Warte, hier ist auch... Ja, Daka, ja, ich hab Daka... Ja, Scheiße, ihr wisst ja nicht mal... Ich musste angreifen, weil Takan war Traitor und ich konnte nichts machen. Ich hätte Takan ins Gesicht schießen sollen. Ich hätte Takan ins Gesicht schießen sollen. Ich hätte was, wie ich mich grad gefühlt habe vorhin. Ich hab auch nichts machen können. Ehe stand's Uli auf meinem Haufen. Ja, nee, das war nicht das Problem, so die Zeit wäre abgelaufen. Mit einem Traitor ist das richtig schwer. Ich hab einfach jetzt schnell was gemacht, weil sonst wäre meine Zeit abgelaufen. Oh, da kam man schon wieder runtergegangen. Aber ich glaub, du hättest auf jeden Fall Jengis finden können, erzählen gerade. Alter, Jengis, wie du vorbeigeflogen bist. Jengis, weil du auf mich draufgesprungen bist. Ach so. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in Terrorstown. Zusammen mit Gamer Levi, Jengis und Jengis hat grad Levi getötet und das war nicht so schlau von ihm. Wow, das war echt richtig klug von dir. Und zusammen mit dem Christian und zusammen mit Gamer, Killer, Tarkan. Ach, ich glaub ich hab alle. So, ich hab grad einen Twitter gekriegt, ich bin Proven Inno. Klar, du bist Detective. Ja. Gut. Ich hab grad angeschrieben. Ach ja, wir sind ja sechs. Pfff. Ja, wir sind sechs. So, kurz geleckt. Das war, was? Was? Meins war doch nicht random. Du hast grad Levi getötet vor meinen Augen. Nein, nicht du, Krippenleben. Ich hab gar nichts gemacht. So. Er ist da gar nichts noch? Ja. Okay. Warte mal? Der war lieb's noch? Der Gamer kann leider nicht mitgehalten, das wird der Internet irgendwie ausfallen, keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, GamerKiller lebt nicht mehr. Nein, ja, Christian schießt auf mich. Du kannst Christian töten Tag an. Ich bin Proven. Hä? Ja. Ich hab doch eben den Twitter getötet. Till. Ich hab grad eben Jengis getötet, im Ernst. Ja, der schießt doch auf mich. Ups, Entschuldigung. Ja, kein Problem, ich hab noch drei HP los bei dir. Warte, 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 lass dich heißen. Junge. Alter, bin ich scheiße. Alter, warte, ich lege. Nein. Alter, lass das Ding in Ruhe, im Ernst. Was, ich hab noch zwei HP, ich hab noch zwei HP, ne? Oh, Jengis, das war richtig schlecht von dir. Boah, hab ich dich erst mal genervt. Ähm, Levi sagt, Hauptsache Levi sagt so, ja, Jengis und Shadows sind bei mir, ne? Jengis erschienen. Ich hab' jetzt mal den zweiten Shop geöffnet. Schild uns bei mir. Okay, ich hab' auch einen zweiten Shop geöffnet. Alter, ich hab' jetzt mal die Ecke öffnet. Alter, Alter, ich hab' jetzt mal die Ecke öffnet. Alter, Alter, ich hab' jetzt mal die Ecke öffnet. So, dann eigentlich einem vier bauken. Nervlich eigentlich mit meinem... Na, wir sind jetzt wieder beim... Nein, und nein, geh mal so irgendwie wieder raus. Oh mein Gott, ich hab' jetzt... Alter, Scheiß-Bayern. Äh. Ist mir so egal, dass es jetzt böse ist, ist mir so egal. Die soll mal sein scheiß Internet sind. Ordnung bringen. Bös, Levi. Fick dich. Fick dich. Ein böses Levi ist ein One-Hell-Over-Titan-Killer. Hoffe ich da immer umzubenennen. Nö. Er spielte Beinung auf Ice-Tag. Willst du mich verarschen?